Ja, hallo, wie euch vielleicht aufgefallen sein sollte, kam heute keine Hexat-Folge. Das lag einfach daran, dass Mario und ich nicht genügend Folgen vorproduziert hatten, weil er nur bis zu einer bestimmten Zeit Zeit hatte. Und ja, genau, deswegen kommt heute keine Folge. Beziehungsweise, ja, ähm, wir wollten dann eigentlich schon zu neuen Terminen ausmachen, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Eben ein bisschen blöd, wenn man, äh, ja, wenn mehrere, wenn, wenn mehrere sozusagen ein Let's Play machen, ein Let's Play Together, da finden nicht immer alle Zeit. Und so war es eben in dem Fall gewesen. Ähm, als kleine Entschädigung wird dafür dann morgen eine Mod-Vorstellung oder sowas kommen, muss ich mir noch was überlegen. Und, ja, genau. Also, tut mir leid, wird hoffentlich nicht allzu häufig vorkommen. Und würde ich sagen, danke für euer Verständnis und, ja. Ja, danke dir, vielen Dank. Ich, danke. Vielen Dank.